hallo ich bin sven und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen folge von fahrwerk talk heute wieder fahrdynamik themen und ich war ja diesen winter wieder in schweden unterwegs konnte wieder viel auf dem eissee fahren und dabei ist mir die idee zum heutigen thema gekommen und zwar möchte ich euch mal vorstellen welche unterschiedlichen spezifika es bei den antriebsarten geht wenn es um das thema übersteuern drift geht also was ist unterschiedlich bei frontantrieb hinterrad antrieb allrad antrieb beim drift was muss ich beachten wie kann ich fahrzeuge stabilisieren ich denke das ist ein ganz spannendes thema wenn man sich damit beschäftigt weil man tatsächlich jedes auto nach antriebsart unterschiedlich fahren muss das ist mir da oben mal wieder dieses jahr richtig bewusst geworden insbesondere weil ich ziemlich viele unterschiedliche autos gefahren bin eben mit front hinterrad und allrad antrieb und auch autos in instabilen situationen hatte und dann zum teil falsch reagiert habe weil ich einfach nicht realisiert habe dass das jetzt ein allrad oder hinterrad antrieb war und man muss also tatsächlich jedes dieser autos unterschiedlich fahren und jedes dieser autos hat so seine spezifischen eigenschaften woran liegt das das ist relativ einfach das liegt daran welche achsen angetrieben sind und welche kräfte übertragen werden können aber wir fangen noch mal etwas früher an was ist eigentlich ein drift bzw was unterscheidet übersteuern vom drift also ich habe hier mein auto und übersteuern heißt ja ich fahre in die kurve und die hinterachse kommt so dass das auto eben instabil wird und übersteuern und man spricht vom drift wenn man diese instabilität beim übersteuern eben hält das heißt das auto überlenkung und gas so stabilisiert dass ich mit einem konstanten driftwinkel durch die kurve komme das ist natürlich eine fahrtechnik für fortgeschrittene und die ist nicht so ganz einfach und je nach antriebsart hat das seine spezifischen eigenschaften warum macht man sowas weil spaß macht weil es eine der höchsten form der fahrzeugbeherrschung ist weil man dabei viel lernen kann nämlich auch wie man auto stabilisiert und im straßenverkehr abfährt abfängt und ja ganz wichtig dazu natürlich der disclaimer das ist nichts was man im normalen straßenverkehr mal eben üben oder ausprobieren kann dafür bucht bitte trainings es gibt drift trainings es gibt fahrsicherheit trainings so besorgt euch abgesperrte strecken nutzt trackdays oder andere dinge muss ich leider ganz klar sagen dass das bitte macht es nicht im öffentlichen straßenverkehr wenn ihr so ein auto verliert bestenfalls ist es nur blechschaden schlimmstenfalls werden andere leute verletzt oder sowas also bitte einfach nicht machen möchte ich bewusst nicht zu aufrufen möchte ich keinem empfehlen bitte tut es nicht okay soweit disclaimer ende wir machen mit dem spaß weiter also drift trainiert die fahrtechnik trainiert insbesondere die fuß hand koordination lenken gas bremse wie fahre ich wie reagiere ich im auto wenn ich ein auto natürlich stabil im drift halten kann dann kann ich es in der regel auch besser abfangen wenn es mal unerwartet übersteuert und sowas deswegen ist das an sich schon eine fahrtechnik die man beherrschen sollte wenn man hohe ansprüche hat und sich für einen fortgeschrittenen fahrer hält und ja also der drift meint dass ich eben nicht ein instabiles übersteuern habe bei dem sich das auto weg dreht oder bei dem es ausbricht und dann kriegt das irgendwie gerade so wieder aufgefangen sondern trifft heißt ich das auto kommt ins übersteuern ich stabilisiere das auto und schaffe es dann dieses auto in einem konstanten driftwinkel um die kurve zu fahren ja als allererstes muss ich natürlich in den drift kommen wie schaffe ich das da gibt es mehrere techniken die für mich immer eleganteste technik mit der ich auch anfangen möchte die ich eigentlich empfehle gerade wenn es nass ist wenn es glatt ist wenn ich das in so einem drift training üben kann wenn ich auf schnee fahre dann ist es immer das eleganteste wenn ich das auto sanft anrege und mir langsam hole weil wenn das auto schon schnell kommt dann läuft laufe ich natürlich auch gefahr dass es dann stark übersteuert und ich abfliege oder sowas und da ich ja den drift gezielt einleiten möchte und das auto weich abfangen möchte muss ich es auch möglichst weich in den drift kriegen wir hatten schon das thema last wechsel und kam schon kreis öfter in im fahrwerk talk und ein last wechsel bewirkt ja dass ich gewicht auf die vorderachse transferiere und die hinterachse leicht werden last wechsel ist insbesondere also wenn ich vom gas gehe wenn ich leicht auf die bremse trete wenn ich das auto mit der lenkung leicht anziehe so dass ich einen drehimpuls kriege und das bewirkt in der regel dass die hinterachse destabilisiert also leicht wird und eventuell ausbricht das heißt ich fahre also in meine kurve und provoziere einen last wechsel das gewicht verlagert sich nach vorne die hinterachse wird leicht und wird etwas instabil fängt vielleicht sogar schon leicht anzurutschen und jetzt nehme ich das gas weich auf so dass ich schlupf an der hinterachse kriege jetzt mal also wir fangen mit hinterrad oder allrad an ist das einfachste also ich fahre in die kurve machen last wechsel hinterachse wird leicht wird leicht instabil ich nehme das gas auf und erzeuge schlupf an der hinterachse so dass das auto quer kommt so das wäre methode 1 einen drift einzuleiten bei einem frontantrieb kann allein der last wechsel auch schon reichen dass das heck kommt also last wechsel bewirkt ja immer dass das heck kommt methode nummer zwei mit hinterrad oder allrad kann ich natürlich auch einfach viel gas geben dann reißen mir irgendwann reißt mir die hinterachse ab das hat aber den effekt weil ich ja schon in der kurve bin und hier ist schon eine relativ starke querkraft drauf finden das auto wird dann immer sehr sehr schnell kommen und sehr unkontrolliert und dann muss man gucken dann ist man eher am kämpfen das abzufangen als dass man in den drift gehen kann ist also nicht so eine schöne methode mit power overs die in den drift zu gehen oder man braucht da geeignetes auto geeignete reifen und sehr viel erfahrung für mit dem last wechsel ist es deutlich eleganter weil das auto fängt dann so leicht an zu rutschen hinten und dann nehme ich sanft auf und lasse es dann weiter kommen bis ich im stabilen drift bin eine weitere methode um den drift einzuleiten ist dann der sogenannte klatsch kick und zwar fahre ich dann in die kurve und entweder hatte ich sowieso geschaltet lasst die kupplung getreten oder ich trete die kupplung und lasst die kupplung dann etwas rabiat kommen das reicht von ich gehe etwas zügig von der kupplung dass das bewirkt den bremsmoment an der hinterachse das heißt schlupf und überschlupf destabilisiere ich wieder das heck und das heck kommt dann eventuell so dass ich es dann im drift aufnehmen kann oder schlimmstenfalls lasse ich die kupplung fliegen dann kriege ich natürlich einen ganz harten impuls und auch da wird die hinterachse weich und das auto wird dann wird dann eben ausbrechen und in den drift kommen das sind so zwei drei methoden und was auch noch sehr schön ist insbesondere auf schnee oder nässe für fortgeschritten ist das sogenannte anpendeln nennt sich auch im rally sport scandinavian flick und zwar ich komme ja so in die kurve und ihr kennt das ja wenn man so einen doppelten spurwechsel oder sowas fährt ich fahre jetzt so und so dass das in der regel auch dazu führt wenn ich das sehr schnell fahre dass mir das das heck destabilisiert und das kann ich auch nutzen für ein drift oder für diesen scandinavischen scandinavian flick wenn ich das heck holen möchte dass ich eben hier in die kurve fahre und dann noch mal einmal erprobt in die andere richtung lenke und dann das auto schlagartig wieder rein lenke in die kurve was auch die hinterachse destabilisiert und den drift einleiten kann das sind also so die wichtigsten methoden lastwechsel scandinavian flick beziehungsweise anpendeln clutch kick oder power over steer also leistungs übersteuern zu also da müssen wir schon mal wie das auto in den drift kriegen und jetzt kommen die unterschiede mit den antriebsarten was passiert erstmal bei front antrieb bei front antrieb habe ich ja den antrieb nur vorne und die hinterachse läuft frei so jetzt kann ich das auto also an pendeln oder über den lastwechsel holen das heck kommt ja und dann habe ich hier nichts vorne habe ich den antrieb das heißt das heck geht zurück und ich kann weiter fahren ist relativ unspektakulär aber soll keiner sagen dass man fronttrieb dann nicht anstellen kann das geht nämlich sehr gut wenn man das auch noch ein bisschen über ein reißen an der lenkung begleitet und so weiter dann schaffe ich das auch einen fronttriebler anzureißen und das heck ausbrechen zu lassen nur ich kann das natürlich nicht halten im drift weil ich habe nichts was mir hinten hilft beim drift sondern ich habe nur die vorderachse und das ist aber auch ein ganz wichtiger punkt auch für hinterrad antrieb und allrad später bzw hinterrad antrieb ich brauche auch immer eine vorderachse die führt wenn ich nämlich hier in die kurve baller und möchte jetzt driften und und rutsche dann untersteuere über die vorderachse dann kann ich auch nicht mehr driften weil die vorderachse muss ja führen während die hinterachse lose ist im drift muss die vorderachse führen und dem auto die richtung geben das heißt wenn ihr irgendwie zu schnell seid oder in der kurve die vorderachse abreißt dann ist es auch vorbei mit dem drift dann rutscht euch das auto einfach weg muss man wissen das heißt ich muss also so fahren dass die vorderachse stabil ist und greift und kann dann mit der hinterachse spielen beim fronttriebler habe ich gesagt kann ich damit spielen dass ich überlasswechsel kommen lasse aber ich kann den drift natürlich nicht halten sondern die achse fällt mir dann zurück und was kann ich beim fronttriebler noch machen bei untersteuern ich habe hier vorne die antriebskraft die räder die stehen ja hier in kurven richtung und wenn ich jetzt leicht gas gebe dann zieht das auto sich quasi gerade das heißt mit dem fronttrieb kann ich den drift bzw ein ausbrechendes heck auch stabilisieren indem ich leicht ans gas gehe und das auto damit dann wenn ich so quer komme dann ziehe ich hier vorne das auto wieder gerade mit dem fronttrieb schon mal merken brauchen wir später noch mal jetzt kommt der hinterrad antrieb das ist natürlich das einfachste beim hinterrad antrieb habe ich hier vorne an der vorderachse keinerlei antriebseinflüsse habe die antriebseinflüsse an der hinterachse kann die hinterachse durchdrehen lassen das heißt ich leite den drift ein dann gehe ich aufs gas so dass ich schlupf an der hinterachse habe die vorderachse führt einfach nur die die führt den vorderwagen und lenkt und an der hinterachse drifte ich und das mache ich indem ich das gas dosiere mit mehr schlupf rutscht die hinterachse mehr mit weniger schlupf rutscht sie etwas weniger so dass ich über das gas lenke das ist dieser begriff mit dem gas lenken mit dem hinterrad antrieb die vorderachse führt die hinterachse habe ich im schlupf und im drift so dass ich dann über die gaspedal stellung kontrollieren kann kommt das auto etwas mehr im drift kommt es etwas weniger im drift und das geht nur über die hinterachse und mit der lenkung kann ich natürlich so ein bisschen beeinflussen wie sich der vorderwagen bewegt aber driften mit hinterrad antrieb funktioniert über das gaspedal und zwar in aller aller erster linie nur über das gaspedal während die vorderachse eigentlich fast steht und nur den kurvenradius vorgibt und natürlich kann ich mit der lenke so ein bisschen korrigieren muss ich auch aber das eigentliche lenken beim hinterrad antrieb funktioniert übers gas jetzt habe ich noch allrad antrieb und der allrad natürlich die eigenschaften vom frontantrieb und vom hinterrad antrieb gleichzeitig und das macht so ein bisschen schwierig wobei ich persönlich finde gerade auf niedrigreibwert macht der allrad mit am meisten spaß und ich kann auch am meisten machen ich kann auch viel retten und allrad driften kann auch sehr sehr gut funktionieren wenn das auto dafür ausgelegt ist was heißt das ausgelegt dafür heißt natürlich muss genug antriebskraft an der hinterachse ankommen wenn die ganze antriebskraft nach vorne geht bei einem allrad und hinten schiebt nur so ein bisschen mit dann wird die vorderachse dominieren und rutschen und die kriege untersteuern wenn ich aber einen allrad antrieb habe der auch viel nach hinten schiebt oder sogar hecklastig ausgelegt ist dann kriege ich kraftüberschuss und momentenüberschuss an der hinterachse und dann kann ich auch mit allrad sehr schön driften das geht mit klassischen allrad antrieben wie mit torsen und so weiter sehr gut weil die sind häufig hecklastig ausgelegt oder mit hang ons die hinterachse hinterrad antrieb haben und die vorderachse anhängen aber was viele immer nicht glauben wollen das geht auch sehr sehr gut mit frontantriebs fahrzeugen wenn sie gut gemacht sind so ein airgolf zum beispiel ist ja ein frontantrieb mit hinterrad hang on und im richtigen modus der hat zum beispiel den drift modus aber auch im normalen allrad modus schiebt er so viel antriebskraft nach hinten dass ich mit dem 1a auf schnee driften kann da konnte ich mich diesen winter gerade wieder von überzeugen funktioniert ganz ganz toll fährt sich fast oder fährt sich eigentlich wie ein permanenter allrad antrieb und ist richtig richtig klasse so was passiert jetzt beim drift beim allrad ich fahre also in die kurve ich krieg das auto in den drift so stehe ich im drift und dann habe ich auf der einen seite hier die kraft die fliehkraft die mir die hinterachse zieht und schlupf an der hinterachse ich habe aber gleichzeitig auch noch schlupf an der vorderachse und die vorderachse führt auf der einen seite die zieht aber auch weil die räder stehen ja in kurvenrichtung und das heißt die vorderachse zieht mir den vorderwagen und die hinterachse driftet über den schlupf und da kann ich natürlich sehr viel und sehr schön mit spielen und ich habe hier einen zusätzlichen einfluss weil ich lenke auf der einen seite über das gas wo ich wo ich beeinflusse wie viel schlupf an der vorder- und hinterachse jetzt entsteht und gleichzeitig habe ich aber diesen kraft vektor der vorderachse in laufrichtung weil diese sich drehenden räder ich glaube hier mal was diese sich drehenden räder die erzeugen ja traktion die bewirken ja eine kraft in die richtung in die sie sich drehen und damit ziehen sie das auto vorne und das heißt wenn ich lenke dann zieht der vorderwagen auch in die richtung in die das rad steht und damit habe ich neben dem gaspedal beim allrad auch noch zusätzlich die lenkung mit der ich spielen kann und da kann ich sehr sehr viel mit machen ich kann auch zum teil höhere driftwinkel halten als mit dem hecke antrieb mit dem hinterrad antrieb weil die vorderachse mithilft und ganz etwas ich benutze das wort nicht aber ganz komisch oder ganz ungewohnt beim allrad kann ich den drift über mehr gas stabilisieren die hinterachse ist dann zwar noch loser aber die vorderachse die zieht dann und die wenn ich dann im drift bin dann mache ich zwar die hinterachse noch loser aber die vorderachse zieht mehr über mehr traktion das auto wieder gerade und das ist tatsächlich ein großer unterschied zum hinterrad antrieb und eine möglichkeit wie ich ein stark übersteuerndes oder driftendes auto mit allrad wieder abfangen kann indem ich mehr gas gebe hört sich total ungewohnt an weil ich erstmal mehr schlupf erzeuge aber das ist der große unterschied da vorne ist eine achse die schaufelt die arbeitet die erzeugt einen kraft vektor in die richtung in die die räder stehen und damit habe ich zwei kraft vektoren am auto nämlich nicht nur die fliehkraft die hinten zieht sondern auch vorne eine kraft die ich über das gaspedal noch zusätzlich beeinflusse das heißt ich muss ein allrad einfach komplett anders driften als ein hinterrad antrieb aber es geht hervorragend und es gibt mir zusätzliche freiheitsgrade und ich kann wie gesagt ein allrad auch eher retten indem ich dann am ende noch mehr gas gebe als ein hinterrad antrieb weil wenn ich da mehr gas gebe dann wird es nur noch loser dann da muss ich eher dosiert vom gas und gucken dass ich ihn hinten wieder eingespurt kriege und ich hatte das ja eingangs erwähnt das ist genau das was mir in schweden passiert ist das auto driftete und driftete durch ich nahm gas raus und wurde immer vorsichtiger und der kollege der auf dem beifahrsitz sagte guckte mich nur anders was machst du es doch ein allrad gibt gas und dann habe ich gas gegeben dann hat der vorne schön gezogen und das auto wieder gerade gezogen ansonsten mit dem hinterrad antrieb wäre da nichts mehr gegangen also das sind die unterschiede die die man sich mal bewusst machen muss dass da eben unterschiedliche antriebsarten auch unterschiedliche fahrtechniken bewirken müssen also dass ich mich aufs fahrzeug einstellen muss und dass da physikalisch auch einfach was anderes im auto passiert frontantrieb nur die vorderachse hinterachse hat keine möglichkeit schlupf zu erzeugen das heißt die kann ich zwar rausholen die fällt mir dann aber zurück allrad entschuldigung hinterrad antrieb hinterrad antrieb kann ich hinten schlupf erzeugen vorne führt allrad antrieb kann ich vorne und hinten schlupf erzeugen und habe ein kraft vektor in richtung der drehenden räder prima das wollte ich euch gerne mal rüber bringen weil ich das wie gesagt selber wieder sehr spektakulär erlebt habe und auch einfach total spannend finde wenn man sich mal vergegenwärtigt was passiert da im auto und warum verhält sich das fahrzeug so okay abschließend noch ein letztes wort was mache ich denn wenn der drift zu groß wird wenn das auto zu stark übersteuert und ich retten muss und ich habe es schon angedeutet ich möchte aber einfach noch mal systematisch durch gehen beim frontantrieb kann ich mehr gas geben weil das auto was quer steht kann ich über die vorderachse gerade ziehen beim hinterrad antrieb wenn ich merke es wird zu viel dann muss ich sehen dass ich last schlupf rausnehmen an der hinterachse das heißt dosiert vom gas gehen und gucken dass ich mir die hinterachse wiederhole nicht zu stark weil dann spurt die ein dann schlicht das auto um dann dann kriege ich so einen flip effekt und wenn ich merke auf sehr glatter straße vom gas gehen reicht nicht das auto übersteuert immer noch dann kann ich auch noch die kupplung treten oder auf n schalten und die achse lastfrei stellen in der hoffnung dass die mal wieder greift da hinten das ist dann so die die letzte möglichkeit die ich noch habe und beim allrad kann ich ähnlich wie hinterrad antrieb fahren und versuchen ein bisschen rauszunehmen die hinterachse wieder zu stabilisieren oder ich merke das reicht nicht dann kann ich auch dosiert aufs gas gehen und hoffen dass die vorderachse mich wieder gerade zieht so und was mache ich wenn ich merke das wird nichts was wann ist driftende was ist das stärkste anzeichen das driftende ist würde ich eigentlich fast gerne als zuschauerfrage machen aber ich möchte natürlich das hier auf noch gleich auflösen denn kurz drüber nach also erstes und klasses signal driftende ist ich lenke gegen ich bin im drift und komme an den lenkanschlag tack das heck geht weiter raus ich bin im lenkanschlag ich kann nicht mehr weiter gegen lenken game over vorbei auto dreht sich ist endstation und genauso bei kurzen radständen oder wenn ich den drift schlecht eingeleitet habe dann kann die geschwindigkeit auch einfach zu hoch sein kann ich nicht komme ich mit dem gegenlenken nicht nach dann weiß ich aus auto ist weg was mache ich wenn ich merke das auto ist weg gibt es nur eine aus meiner persönlichen perspektive nur eine einzige richtige reaktion kupplung und bremse treten schlagartig möglichst sofort sonne wie nennt man schlag bremsung machen hart aufs bremspedal damit möglichst alle räder sofort in den schlupf kommen und die bremse zu machen zulassen und hoffen dass ich irgendwo aus kreisel wo es keinen allzu großen schaden gibt das ist natürlich wenn ich das training mache oder so dann ist sind die gelände ja eigentlich immer so dass ich da genug auslauf habe aber wenn ich merke das auto ist weg kein falsches heldentum und man man lernt das irgendwann wenn man öfter so was gefahren ist merke ich den kriege ich nicht mehr den wagen und dann ist wirklich sofort bremse zu und hoffen weil dann kriege ich möglichst viel energie aus dem autobau geschwindigkeit ab und und wenn ich dann noch einschlage dann schlage ich halt nur mit relativ wenig energie ein ohne dass richtig viel kaputt geht ja prima mal ein bisschen anderes thema hoffe es hat euch auch gefallen stellt mir die fragen wie immer in den chat wenn ihr noch fragen habt sehr gerne also ich merke immer es kommen relativ wenig fragen es gibt keine dummen fragen es gibt nur dumme antworten ist einer meiner lieblingssätze also scheut euch nicht wenn irgendwas nicht verständlich ist oder ihr weitere fragen habt oder auch sagt das würde ich gerne noch mal vertieft hören da da möchte ich noch mehr zuhören schreibt es mir bitte einfach in die kommentare rein ansonsten freue ich mich wie immer über jedes abo jeden like und jeden kommentar vor allem auch den kontakt zu euch damit ich weiß wie ihr meine videos findet wie es ankommt ob ihr verbesserungsideen habt und ob ihr auch spaß an den videos habt super soweit für heute zu dem thema freue mich dass ihr wieder dabei gewesen seid und bis zum nächsten mal euer sven bis zum nächsten mal euer sven bis zum nächsten mal euer sven bis zum nächsten mal euer sven